Moin Männers, kurzes Transfer-Update. Hauke Wahl von Holstein Kiel geht vielleicht zu St. Pauli. Für die Kieler Fans wird es richtig traurig sein, was der für eine Erfahrung da bei Kiel in der Innenverteidigung gemacht hat. Und ja, schade, dass Hauke Wahl leider geht von Holstein Kiel im Sommer vielleicht zu St. Pauli. Es könnte amtlich schon bald sein. St. Pauli ist gut da dran. Also schade, dass er jetzt Kiel verlässt. Für jeden Kieler Fan wird das bestimmt traurig. Ich hoffe, dass da eine gute Verstärkung für Kiel kommt. Wir werden sehen, was rauskommt. Bis dann, Jungs. Euer Michael TV. Tschüss.